Hallo ihr Lieben, wir haben heute eine Challenge für euch und zwar, ihr braucht einen Luftballon, drei Tennisbälle, euer Partner das gleiche und ihr müsst gegeneinander, so schnell es geht die Tennisbälle in den Ring gefördern und müsst dazwischen immer einmal auf den Luftballon hauen. Ihr dürft ihn nur einmal berühren und ihr darf nicht am Boden landen. So, bist du bereit? Auf geht's! Gut! Glückwunsch, viel Spaß!